Willkommen bei einem neuen Tutorial! Mit Jason-Turton! Yeah! Ich bin das einzige Mädchen hier im Dorf! Willst du dich auch kanten? Kann ich auch! Wer ist es? Wer ist es? Ist es schon wieder Ricky? Schon wieder! Immer, immer ist es Ricky! Ist es schon wieder Ricky? Nein, ich bin nicht Jason! Er mit seiner Rolex-Uhr! Ja, die Rolex! Wer ist es? 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 Kurator! Ich bin gleich beim Boot gespawnt! Oh, ich bin bei... BitBaboo Party! Oh man! Ich bin direkt beim Boot! Ich will nicht! Der Jason ist kacke im Wasser! Ja, der ist kacke! Ich habe Benzin! Das ist gleich neben dem Boot! Das ist gleich neben dem Boot! Dasええ nötig! resser glory! Er versorbt das Lieder! Hier komm ich zum Boot! Ich bin wieder da! Nein, ich bin wieder da mit ihmicas. Das ist doch klar! Ich bin sehr nervig! Und dann könnte ich mich wieder! Dasуетaj! Das ist doch sehr nervig! ein auto und ein boot ist nicht das gleiche. ja, vertäuschen. ein boot kann schwimmen, ein auto kann fahren. naja, die bietfahrzeuge kann auch schwimmen. jetzt habe ich dich zerlegt. ja, für mich lange. richtig zerstört, alter. ja, komm. oh, ich habe eine kassette. was kann man mit den dingern eigentlich machen? anhören. was hast du erwartet? anhören. jetzt sogar dumme fragen erwarten du mir antworten. dumme frage verlangt dumme antwort. ja, da ist was dran. ich habe gerade eine leuchtpistole gefunden. oh, meine leuchtpistole. na, die können mir. ich habe die karte gefunden. gut. blaue karte, ich will wissen, wie ich euch finde. in den schubladen findest du die karten. oh, ich habe den autoschlüssel gefunden. ich habe den autoschlüssel gefunden. ich habe den autoschlüssel gefunden. was hilft mir fürs auto noch? denn die batterie und benzin, ne? und schlüssel. oh, 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 fuck, fuck, fuck. oh, jessens bang. geh weg. dann kann ich mich hinkaufen. jessens bang irgendwo. brav. na, genau. jetzt soll ich mich nicht im badezimmer verstecken, wo ich nicht rauskomme. im badezimmer verstecken. toll. fallschaden und so. ich bin verletzt. ey, vielleicht kann man sich selbst umbringen, wenn man ähm aus dem fenster springt. öfters. ja, öfters. dann stirbt man. wenn du auf dem ersten stock musst du das gebrochenes fenster. wenn du aus einem ersten stock, glaube ich, springst zweimal, glaube ich. genau. ich habe auch benzin. ja, legst irgendwo ab. oder bringst zum auto in die nähe. ne, dann können sie selbst holen. soll ich mir die hallung? nein, ich nehme mich Cracker-Smith. ich sag's jetzt. ich brauche Heilung-Spray, Mann. ich sag's jetzt. ich sag's jetzt. ja, gut, dann nehme ich's mit, wenn wir uns begegnen. gechasen wird ja eh vielleicht Cracker-Immun sein. wahrscheinlich wohl. so wie ich. boah, Alter, das war so. du warst einfach Cracker-Immun. du warst einfach Cracker-Immun. das war so asozial, Mann. beim Lagerfeuer warst du schon beim Brot? Lagerfeuer? mhm. Mann. was ist denn aus? fuck man, jason ist bei mir. das muss der so gerade sein. shit, man. i'm so totally dead. actually. total spaß. ich brauch Heilung-Spray, Mann. ich hab die Telefonzelle gefunden. Zelle. ja, die Zelle. also das Ding zum Einbauen. nein. das andere. wo man es einbaut. was nennen wir jetzt nochmal Ding? ich weiß grad nicht, ich glaub. wie hat das kein Ding? das Ding, was wir finden, da ist Telefonzelle. das Ding, wo's man einbauen kann, das Ding. weil ich nicht weiß, wie das heißt. ah, ah, jason ist weg, jason ist weg. ich hab's auch vergessen. ich hab's auch vergessen, was das heißt. das heißt irgendwie so komisch. okay, wie lange kann ich ohne Heilung-Spray überleben? weil... unendlich, glaub ich. glaub ich. also du rennt von Halt. na, du bist ja verreckt. irgendwann verreckt sie. irgendwann. fünf Minuten, glaub ich. nein, ich bin schon mal länger gerannt. ja, aber nicht, nicht nach, wie man es runtergeladen hat. da bist du ja irgendwann verreckt. ich glaube, ja, aber ich hab so... ich hab aber, ähm, so eine Fall, so ein Fallengeräusch gehört, kann sein, dass ich vielleicht auch in eine Falle gerannt bin. kann jemand bitte zu mir kommen und mehr Heilungspray bringen, alter? wo bist du? jason ist bei mir in der Nähe. na, dann komm ich nicht. hättest du gesagt, jason ist nicht mal da. hättest du jason ist nicht erwähnt? ja, hättest du jason nicht erwähnt? dann wären wir gekommen. aber naja. alter, wo ist der Propeller? alter, wo ist der Propeller? als ob, als ob Riki da oben ist, alter. ja, ich hab ihn gestunnt. aber das wird nicht lange halten. wenn er mich jetzt... tot? alter, cheiji und ich sind die Nerdinnen, alter. bis wir da oben sind, kann der dich 50 mal töten. ja. und das nicht nur, weil ich ein absoluter Noob bin. irgendwo muss er der verfickte Hund-Propeller sein. ach! er hat mich getötet. ich bin tot. ich schau mir einfach mal so aus. wir hätten sich nochmal probieren können. vielleicht wird's die Chavez. Wieso kann man eigentlich nicht den feuerlöcher nehmen? ich habe da gerade ein feuerlöcher kommen. auf das fest wird den feuerlöcher machen ihnen anmachen und die Jason so einen Schaumbad verpassen. so ein bad anlassen jason das entchen ist auch jason komm badewanne ist fertig deine mutter ist auch drehen das war schon wieder zu viel alter das war schon wieder ängel das ging wieder zu weit er hat seine mami sehr sehr lieb da ist die telefonzelle ja wo ist dann das ding ich habe nicht gete beutelt ich habe mich nur hingekniet schneller ausdauer zu kriegen schneller ausdauer ja wenn du dich hinknies kriegst du deine ausdauer wieder schneller mit gras und das ist ganz normal teabägen und teabägen mein ich aber die beutel ist das teebeutel und teabägen sind drei verschiedene unterschiedliche dinge drei unterschiedliche dinge ja drei so nummer eins das ist das ist teebeutel und das ist teebeutel das ist teabägen ich finde ich sehe dich nicht was du bist du bist du ich rede so mit jetzt auf dem ich sie warum spricht der alter okay die karte und das ist teebeutel deine mama ist teebeutel meine mama hat das erfunden hat das du bist froh wenn meine mama dich teebeutel wieso willst du nicht von meiner mama die beutel dieser verfickte hundbompetl ich weiß auch nicht achso mir wird es gefallen von deiner mama gebetet von deiner ja genau alter kennt meine mama gar nicht ich erzähle ich ja besser aus als deine ich dachte gerade selbst sie schaut bestimmt besser aus als du naja da trifft sicher die war ja doch auch da kann chasen mal aufhören auszurasten mit der musik so ist er bei dir nein das ist ja das ich höre die ganze zeit tan 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 benjamin blümchen der kommt der schatze der will mich verraten verpiss dich die sagen wo er steht ich will verraten wo bist du da hinten andere gerichtung ich bin da links ganz links ganz links bis da vorne ja der bin ich genau der bin ich genau der bin ich tschüss herr komm herr ich muss ausdeuern also wo war ich jetzt noch nicht warst du schon im großen hauspropeller suchen beim einem bei dem anderen nicht ja bei welchen telefonzelle repariert ah die reparieren alles klar ich hab mich grad befreit oder was bist du für ein assi telefonzelle rufen sie jetzt auch die bullen und wer das natürlich wer wird damit schauen ist fabio 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 da soll gleich kevin heißen hast du was gegen hast du was gegen was ist miteinander der war vor mir verpiss dich du hohen sohn schätze 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 wenn die rufen bleib da ist glaube ich keine tür mehr ja bis noch zu ha ha zugemacht ha 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 hey danke jetzt machst du die Tür zu du kommst hier nicht ran ich weiß es nicht wo ist der ver es kam schon so viele schimpfwörter das ist schon egal wo ist der verfickte piep ich hole mir jetzt den schlüssel von ricardo und vorweg haben die haben nicht die bullen gerufen ich habe das den autoschlüssel die haben die bohren nicht gerufen willst du mich fragen ernsthaft die bohren das ein und rufen die die bohren das eine tatsache sind wieder zerstört aussieht jetzt hinter mir spielen die wäscher zu sagen die anderen sind alle eingestammt geschlagen gut gehabt machst du der typ vom hinlauf um den tisch herum bitte geh nicht durch die wand bitte geh nicht durch die wand unter dem bett ist wer ernsthaft die haben sich da versteckt was unter meinem bett ist unter meinem bett ja da wo du gerade warst er wusste die telefonzelle der big barbo in irgendeinem haus bei einem dreierhaus glaube ich irgendeinen dreierhaus die haben das hier eingebaut wo ist der scheiß oder bin ich ernsthaft von vorbeigerand los scharfen kalender da nichts hätten kalender ja trotzdem so ein zufall fratakratz und werde ich nicht drauf gekommen ich auch nicht warum schreist das nennt man geht weg von mir halt abstand corona ich nehme diese scheiße nie wieder mit man er ist kriege im wohnen wo mussten und dann lebt noch einer ich habe das schlafen lassen du du rette mich ich bin kein arschloch ich bin kein arschloch du hast nichts du kannst ihn nicht retten ich bin kein arschloch das ist das bild mit dem wurde ein foto gemacht na jason wie geht's jetzt wäre die tischszene toll ne kannst du fünf minuten um den tisch herum kann ich nicht ich bin nicht schwarz du ach da ist ein haus das rechte haus und jetzt hüpfen was machst du denn da elegant reingehen ja vielleicht doch mit jabe ist ruf nochmal habe ich schon vielleicht kommt er nochmal oh du bad, du bad girl alles auf provokation bad bunny du bad bunny ja man und du kannst eigentlich nicht hier spielen guck mal da ist er da ist er da ist er ich will ich will ich will mir das Couchspiel der boden ist lava er hat noch messer wenn du was nicht trifft ja zu der musik warst das alter voll stopp dann smash hit wo hat er sich hin teleportieren weiß ich nicht aber ich bleib bei meinem tisch ja komm jason nimm mal ein bisschen ab dann kannst du auch durch die tische die hasenjagd hat noch nicht eröffnet es ist nach coronatel ja wo ist dein mundschutz er hat ne ganzes dingsmaske auch du bad WUSCHI du musst doch teebeutel ich schaff das nicht du bist so ein assi oh nein ja Couch Couch ich liebe dich Junge wie viel Lack musst du haben Couch ich liebe dich man diese Mucke dazu die passt ja man hat was von scary movie ja 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 da war kein Bock mehr 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 du bist doch ein mal wieder ausdauern stell dich mal zu nem Tisch da kann der nämlich nicht reinwurden Oh shit, nur noch zwei Minuten! Du hast noch zwei Minuten, ja. Oh Junge, oh Junge! Oh na! Warte, gar nicht! Surprise! Oh Mann, was ist mit deinem Gesicht da? Was ist mit deinem Gesicht? Ich bin ein bisschen blutig. Jetzt wiederholen wir alles nochmal. Achio? Ich mach mit dir die 8, Mann. Verstehst du den Abstand nicht? Geh weg jetzt! Eine Minute noch. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Abstand! 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Oh, er teleportiert sich. Oh, er teleportiert sich. Ja, zum Tisch einfach. Er kann sich nicht herteleportieren. 30 Sekunden noch. 30 Sekunden noch. Wer will das besser nicht? 20 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Er hat die Muske ausgemacht! Was kann der Radio jetzt dafür? Das ist doch irre. Boah, kein Bock mehr auf die scheiße Mucke. Oh, scheiße. Ist er ernsthaft reingelaufen? Ja, der ist ernsthaft in die Cracks reingelaufen. Peinlich. Oh, shit. Oh, shit. Lol. Zauber dieses Fenster. Hä? Lol. Hä? Was? Was? Lol. Was? Lol. Was? Lol. Was? Was? Jetzt steht er drin. Was?